Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zu unserem Kurs Lerne die Arabische Schrift. Inshallah fangen wir heute mit dem Teil 8 der Lektion 6 an. Und heute machen wir genau da auch weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei den Mischlauten, also bei zum Beispiel dem Fatha-Wau und dem Fatha-Iya. Ich lese jetzt noch diese beiden Zeilen vor, inshallah. Kof Fatha-Iya, Qay. Kof Fatha-Wau, Kaaw. Kof Fatha-Iya, Kay. Mim Fatha-Wau, Mau. Mim Fatha-Iya, May. Kof Fatha-Iya, May. Kof Fatha-Wau, Wau. Kof Fatha-Iya, Way. Ha-Fat-Ha-Wau-Hau Ha-Fat-Ha-Ya-Hey Ya-Fat-Ha-Wau-Yau Ya-Fat-Ha-Ya-Yay Masha'Allah Somit kommen wir zum Ende der Lektion 6 und Inshallah beim nächsten Mal haben wir einen kleinen Test über diese ganzen Unterrichte, die wir die letzten 8 Male gehabt haben Inshallah Übt schön und seid ehrlich mit euch auch in dem Test sodass ihr Inshallah wirklich davon profitiert, diesen Kurs zu machen Möge Allah Subhanahu Wa Ta'ala uns das Wissen über diese Sprache geben über die Sprache des Korans und über die Sprache des Propheten Muhammad Ameen Wir sehen uns beim nächsten Mal Inshallah Bis dahin, macht's gut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bis dahin! Untertitelung des ZDF, 2020